Namensanalyse vor dem Launch einer Marke ist von entscheidender Bedeutung. Der Name Ihrer Marke ist oft das Erste, was potenzielle Kunden wahrnehmen und kann maßgeblich über den Erfolg oder das Scheitern Ihres Unternehmens entscheiden. Ein gut gewählter Name wird nicht nur von den Kunden positiv aufgenommen, sondern spiegelt auch ihre Markenwerte wieder. Daher ist es wichtig, vor dem Markteintritt einen umfassenden Namenstest durchzuführen. Ein wesentlicher Aspekt eines Namenstests ist die rechtliche Sicherheit. Es ist von größter Bedeutung zu überprüfen, ob der gewünschte Name nicht bereits von einer anderen Marke verwendet oder rechtlich geschützt ist. Markenrechtsverletzungen können teure rechtliche Auseinandersetzungen zur Folge haben, die Ihre Marke gefährden. Daher sollten Sie eine gründliche Recherche anstellen und bei Bedarf rechtlichen Rat einholen, um sicherzustellen, dass Ihr Markenname frei verwendbar ist. Neben der rechtlichen Prüfung spielt auch die kulturelle und sprachliche Akzeptanz eine zentrale Rolle. Ihr Markenname sollte in verschiedenen Ländern und Kulturen angemessen sein, besonders wenn Sie international agieren möchten. Ein Name, der in einem Markt ein positives Bild vermittelt, kann in einem anderen Land völlig unangemessene Assoziationen hervorrufen oder schwer auszusprechen sein. Es ist wichtig, dass Ihr Name global verständlich ist und keine Missverständnisse hervorruft. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Markenimage und die Positionierung. Der Name sollte die Werte und die Botschaft Ihrer Marke effektiv kommunizieren. Ein einprägsamer und ansprechender Name hilft Ihnen, sich im Gedächtnis der Verbraucher zu verankern und von der Konkurrenz abzuheben. Denken Sie daran, dass Ihr Name auf verschiedene Marketingkanäle und Plattformen gut funktionieren sollte, sei es in sozialen Medien oder auf Ihrer Website. Der Prozess der Namensfindung umfasst mehrere Schritte. Beginnen Sie mit Brainstorming, um eine Liste potenzieller Namen zu erstellen, die Ihre Markenidentität widerspiegeln. Danach sollten Sie rechtliche und linguistische Prüfungen durchführen und auch kulturelle Aspekte berücksichtigen. Eine gründliche Marktanalyse hilft Ihnen zu verstehen, wie Ihr Name im Vergleich zur Konkurrenz wahrgenommen wird. Schließlich sollten Sie sicherstellen, dass die Domain- und die Social-Media-Kanäle für Ihren bevorzugten Namen verfügbar sind. Abschließend lässt sich sagen, dass ein sorgfältiger Namenstest vor dem Markenlaunch nicht nur zur Vermeidung kostspieliger Fehler beiträgt, sondern auch den Grundstein für eine erfolgreiche Markenstrategie legt. Ein durchdachter Name, der rechtlich abgesichert ist und kulturelle Akzeptanz findet, ist der Schlüssel zu einem effizienten Markenauftritt. Achten Sie darauf, die verschiedenen Schritte der Namensanalyse sorgfältig zu durchlaufen, um die besten Chancen für den Erfolg Ihrer Marke zu gewährleisten.